Vor einem Jahr habe ich mir das erste Mal in meinem Leben einen Mac gekauft. Genauer gesagt das damals brandneue MacBook Pro mit M3-Chip. Bis dahin habe ich immer Windows benutzt, bin quasi damit aufgewachsen, von Windows 98 bis Windows 11. Wie komme ich mit macOS nach einem Jahr Nutzung zurecht, was ich an meinem MacBook Pro liebe und welche Dinge für mich absolut keinen Sinn machen, erfährst du in diesem Video. Apples Produkte faszinieren. Die einen hassen sie, andere lieben sie. Manchmal ein bisschen zu sehr. Ich war eigentlich nie ein großer Apple-Fan. Habe zwar immer mal wieder zwischen Android und iPhones hin und her gewechselt, aber mit Macs konnte ich nie viel anfangen. Sie waren viel zu teuer und meiner Meinung nach für Leute gemacht, die zu dumm sind, einen PC zu bedienen und lieber mit ihren MacBooks in Cafés flexen. Bis 2020. Apple stellt den M1 vor. Ein Meilenstein der Computergeschichte. Apple vereint die Effizienz eines Smartphone-Chips mit der Power von PC-Komponenten. Und das alles in einem Chip. Ich war fasziniert. Der Akku, die Performance und das auch alles noch ohne laute Lüftergeräusche waren etwas, das man bei Windows Notebooks so einfach nicht bekommt. Als ich zwei Jahre später wieder im Markt für ein neues Notebook war, wagte ich den Schritt. Ich holte mir das MacBook Pro mit dem M3 Pro Chip. Was soll ich sagen? Apples Produkte auszupacken ist eine besondere Erfahrung. Ich habe mich wieder wie ein kleines Kind an Weihnachten gefreut, als ich das MacBook Pro aus seiner Verpackung befreit habe. Einziger Negativpunkt beim Unboxing, das Netzteil ist nicht in Space Black. Schade. Beim ersten Mal einschalten wird man dann direkt vom berühmten Apple Hello begrüßt. Man fühlt sich also schon mal um einiges willkommener als bei einem Windows Setup. Ich habe mir die 14 Zoll Variante mit dem M3 Pro 18 Core geholt. Mit 1000 GB Speicher und 18 GB RAM kam ich damals auf den Preis von etwa 2500 Euro. Ganz schön viel. Wofür hat sich das MacBook Pro also gelohnt? Das ProMotion Display kombiniert mit den 10.000 Mini-LEDs ist ein absoluter Genuss für die Augen. Klar, die Schwarzwerte kommen nicht ganz auf das Level eines OLED-Displays. Aber was Apple hier abgeliefert hat, hat mich echt überrascht. Das Display wird angenehm hell und eignet sich mit seiner Farbgenauigkeit auch bestens für Color Grading. Der zweite Punkt ist der Akku. Noch nie habe ich in einem Laptop einen so guten Akku gesehen. Die Windows Laptops, die ich zuvor hatte, hielten maximal 3-4 Stunden bei intensiver Nutzung aus. Und auch im Ruhezustand haben sich stündlich Akkulaufzeit verloren, sodass man am nächsten Tag fast immer direkt aufladen muss. Mit dem MacBook Pro komme ich teilweise sogar mehrere Tage ohne Aufladen aus, so wie es bei einem portablen Gerät auch sein sollte. Und da sind wir auch direkt beim nächsten Punkt, der mich echt überrascht hat. Die Portabilität. Das MacBook Pro fühlt sich wie ein übergroßes Smartphone mit Tastatur und Trackpad an. Bei meinen bisherigen Laptops hatte ich nie wirklich Lust, an einem anderen Ort wie auf dem Schreibtisch zu arbeiten. Wegen des schlechten Akkus und der heißen Luft aus den Lüftern machte das einfach keinen Spaß. Das MacBook hingegen fühlt sich wirklich wie ein portables Gerät an. Und ich kann damit fast überall arbeiten. Was mir am MacBook Pro auch sehr gefällt, sind die Lautsprechern. Bei meinem letzten Notebook, dem Dell XPS 15, waren die Lautsprecher viel zu leise. Ich habe damals fast immer Kopfhörer oder externe Boxen benutzt. Das MacBook aber hat einen wirklich satten Sound und volle Bessel. Die Performance des M3 MacBook Pros ist schlichtweg fantastisch. Egal was man damit vorhat, es ist ziemlich sicher kein Problem für den M3 Pro Chip. Alles läuft super flüssig und fühlt sich schnell und responsive an. Ich war überrascht, wie gut auch Adobe Programme auf dem Laptop laufen. Das Schneiden von Videos mit Premiere Pro macht echt Spaß auf dem MacBook. Und sogar das Trackpad gibt mir ein haptisches Feedback beim Bearbeiten der Timeline. Ein echt cooles Detail. Natürlich gibt es für mich als langjähriger Windows-Nutzer aber auch einige Dinge, die ich an macOS überhaupt nicht verstehe. Fangen wir mal beim Fenstermanagement an. Standardmäßig lassen sich die einzelnen Fenster beispielsweise vom Finder nicht an den Rändern des Bildschirms andocken. Als ich das damals vergeblich versuchte und dann anfing zu googeln, war ich echt schockiert, dass so etwas Einfaches nicht ohne Third-Party-Apps in macOS existiert. Und ja, ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass es die Option, wenn man über das grüne Symbol oben links fährt, gibt. Aber trotzdem ist das nicht wirklich intuitiv. Und wenn wir gerade von einfachen, intuitiven Dingen sprechen, was ist da los mit dem Switch zwischen Trackpad und Maus? Wenn ich eine Maus an das MacBook anschließe, ist die Scrollrichtung invertiert. Wenn ich die dann umstelle, ist mein Trackpad invertiert. Warum kann ich die Scrollrichtung von Maus und Trackpad nicht individuell einstellen? Was mich auch stört ist, dass Programme sich durch einen Klick auf das rote X nicht vollständig schließen lassen. Das Installieren und Deinstallieren von Apps auf dem Mac ist für mich auch etwas eigenartig. Eine App einfach so in einen Ordner zu ziehen und fertig, klingt zwar erst einmal ziemlich simpel. Ich hätte dann aber doch gerne mehr Informationen darüber, wo genau die Dateien auf meiner Festplatte installiert werden oder einen simplen Progress-Bar wie in Windows. Das Löschen von Programmen, indem man die App einfach in den Papierkorb zieht, finde ich aber ziemlich cool gelöst. Auch die Anordnung von Dateien und Ordnern haben bei mir für Kopfschütteln gesorgt. Warum werden Dateien, wenn man sie in einen Ordner zieht, nicht standardmäßig in einem Grid angezeigt? Das sorgt in stressigen Situationen nur für Unordnung und macht für mich absolut keinen Sinn. Das Dock sieht zwar super gut aus, aber auch hier, finde ich, hat es Windows besser gelöst. Wenn ich auf das App-Icon klicke, werden direkt alle geöffnet, anstatt eine Option zur Auswahl des Fensters anzuzeigen. Und auch die App-Vorschau ist auf Windows meiner Meinung nach besser gemacht. Nun noch zum letzten Punkt. Gaming. Apple hat bei den M3 MacBooks sogar selbst damit geworben, dass mittlerweile auch AAA-Games wie beispielsweise das kommende Assassin's Creed Shadows auf dem MacBook spielbar sein sollen. Und ja, es ist definitiv möglich. Dennoch kann ich ein MacBook dafür bisher nicht empfehlen. Ich habe einige Games ausprobiert, die von macOS unterstützt werden. Baldur's Gate, Valheim oder auch Minecraft. Diese laufen meist auch ganz gut, aber die meisten Games sind leider ohne Emulator immer noch nicht spielbar auf dem Mac. Es bleibt abzuwarten, ob sich das in absehbarer Zukunft ändern wird. Aber Stand jetzt sind Macs für Gaming definitiv keine attraktive Wahl. Für einige von euch langjährigen Mac-Usern erscheinen meine Probleme mit macOS wahrscheinlich ziemlich lächerlich. Denn ja, es gibt für fast alles irgendwelche Third-Party-Apps, die diese Probleme beheben können. Aber ich wollte euch mit diesem Video einen Eindruck geben, wie ich als bisheriger Windows-Nutzer mit dem MacBook Pro zurechtgekommen bin. Insgesamt ist das ein echt tolles Notebook und sicher eines der besten, das es derzeit zu kaufen gibt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr zur Thematik steht. Nutzt du ein Windows-Notebook oder auch einen Mac? Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.